Ähm, der wäre schon sehr geil, aber der ist auch teuer. Einfach noch mal ein bisschen zusätzliche Überzeugung. Herstellung abgeschlossen. Herstellung begonnen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung begonnen. So. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Für den Fall, dass man irgendwas finden muss, was wir schnell brauchen können. Brauchen wir gleich fünf von dir, Digga. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung begonnen. So, die kopieren wir. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Kondom. Herstellung. 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 Da haben wir auf jeden Fall ein getarntes Gebäude. Das holen wir mal direkt raus. So, hier kommt er mal runter. Ich brauche noch ein paar Screamer, weil die haben ja Shadows. Ich denke mal einen hier und einen hier sollte helfen. Herstellung abgeschlossen. So, wie lange brauche ich noch? 1500. Diese Fußtruppen waren jetzt doof. Was hat uns ein Helikopter gekostet? Wo war denn da? Kommt doch näher zu mir, bitte. Ich habe da nette Tür. Ich habe da einen Tült angegriffen. Ich habe da einen Tült angegriffen. Nicht mehr lange, dann sollten wir die Atombombe bauen können. Ich muss mal gucken, ob es ein Plasmat-Kontrollzentrum da steht, wo es vorher stand. Und ja, da muss ich es schnell fernischen. Sieht aber nicht so aus. Aber hier irgendwo sind wirklich getarnte Einheiten. Ich kann sonst noch nichts bauen. Was ist der Berg? Ich komme jetzt mal hier hin. Ich hätte gerne zwei davon. Herstellung abgeschlossen. Bereit, jawohl. Bereit, bereit. Herstellung abgeschlossen. Bereit. Kannst du schon mal überfahren? Bereit, begonnen. Bereit. Okay, jetzt brauche ich Ziele. Gut, dass ich die 1-3-2 reparkiert habe. Ziele. Ich nehme Ziele. Das nehmen sich über. Und den Post kann ich dann vernichten. Gut. Dann, Feuer frei. Stützpunkt wird angegriffen. Ja, da ist es. Ja. Werte, unterlieg. Bereit, Töre. Bereit, Töre. Bereit, unterlieg. Werte, unterlieg. Bereit, Töre. Werte, unterlieg. halt nicht drunter drücken, sondern Herstellung begonnen Hier der hat noch auf Herstellung abgeschlossen Okay, seine Kraftwerke habe ich kaputt gemacht Herstellung abgeschlossen Herstellung abgeschlossen Das brauche ich noch Herstellung abgeschlossen 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 Fluchsteuerungszentrum Verlebt es Gut, dass wir ein paar mehr von den Dingern haben Jetzt glaube ich, ich baue direkt bei dritten Silo Es ist super effektiv Herstellung abgeflossen Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich euch irgendwie Selektieren kann, aber Was ich nicht kann, kann ich halt nicht Also gruppieren In dem Fall gruppieren So, gut Ach, hier ist ein Shadow Das ist natürlich unglücklich Was hat er da gebaut? Eine Flugsteuerungszentrale Eine Plasmazentrale, das ist böse Herstellung begonnen Herstellung abgeschlossen Die muss man direkt das mal wegholen Wegholen Wegholzen Herstellung abgeschlossen Ja, da schießt er das mal Herstellung abgeschlossen Zu spät für uns Herstellung abgeschlossen Ja, boom Ich hab's nicht gesehen, was das ist, aber Ich hab's nicht gesehen, was das ist, aber Ich hab's nicht gesehen Ja, komm Fliege Ah, ne noch welche Fliege Nein, die haben ja noch welche Das Ding muss ich mal gezielt wegrauen Die laden nach. Ja gut, das mit dem gezielt weghauen, das hat nicht so gut funktioniert. Da baut er schon wieder eine Plasma-Zentrale. Das ist ja noch böse. Gut, was wir nicht mehr bauen können, sind neue Gebäude. Das heißt, du kommst schon mal nach hinten. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Stützpunkt und angegriffen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Da hat er das Flugsteuerungszentrum. Herstellung begonnen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Jetzt haben wir da gerade keine anderen Anheiten mehr. Herstellung abgeschlossen. Das Ding müssen wir schnell ausschalten. Herstellung begonnen. Herstellung abgeschlossen. So. Herstellung abgeschlossen. Fahrt mal rüber. Ähm, fahrt alle da rüber, bitte. Herstellung abgeschlossen. Und repariert das Ding bitte zu einem. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Da die Verteidiger nochmal raushauen. Danach schalten wir ihm das Ding nochmal komplett rein. Nicht, dass wir hier noch Sachen bauen können. Das wäre blöd. Gut. Fahrt nochmal weg. Eskortier. Er hat es befehl. Eskortier. Jetzt versuchen wir es auch mal damit, die restlichen Gegner hier wegzuhauen. Ein paar Fußtruppen haben wir ja noch. Jetzt nehmen wir noch ein Gebäude bei Nele, müssen wir jetzt aber... Und jetzt müssen wir ein paar Fußtruppen bauen. Oh, der soll eskortiert werden. Hier fährt man ein Stück weiter. Jetzt machen wir Atombomben. Die brauchen noch ein paar Sekunden. Ach ja, du hast dich festgefahren, oder? Aber sowas von... Es ist auch keine einfache Gegend hier. Hier oben... Oh, da ist noch eine Plasmazentrale. Da hat man ganz kurz die Atomrakete gesehen. Flieg und Sieg! Du wirst jetzt gleich auch eingesetzt. Und ich setze mal auch mal rein. Und mit dem Weg geholt... Und er ist noch nicht weg! Ja komm. Und er ist noch nicht weg! Und er ist noch nicht weg! Und er ist noch nicht weg! Zu viele Einheiten sind... Das Weg findet uns tot. Machen wir den noch tot. Was haben wir da unten noch? Das ist doch noch ein verstecktes Gebäude. Das macht ihr schon. Und hier irgendwo stehen noch ein paar Leute. Die können wir schon mal hier rüberschieben. Das da müssen wir noch kaputt machen. Einfach zur Vorsicht. Ich glaube, das waren seine Versteckbeunen. Wo sind jetzt meine Truppen? Da sind wir. Dann geht er mal rein. Ja, hier ist Radioaktiv. Das ist schwierig. Aber so kann man es. Und Hallöchen, Rahit. Ich bin aktuell ohne Ton da. Melde mich gleich noch mal mit Ton. Alles gut. Dann machen wir es so. Dann schreiben wir einfach mal. So, was war jetzt die Mission? Verdammt. Gehen wir doch einfach hier hin und sagen. So, vamosschlaufe.